da werden war so kamera steht wunderbar wunderschön herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wochenschau die wochenschau geht diesmal in richtung kölle erster fc kölle und ja das erste video sozusagen nach der großen trainer entlassung sage ich jetzt mal danke für die vielen kommentare herzlich willkommen an alle neuen abonnenten hier auf dem kanal ich habe mich sehr über euer positives feedback zu dem video gefreut ich werde auch noch auf die kommentare im einzelnen eingehen soweit ich das kann es ist natürlich immer so die zeit ist nicht immer so da aber ich versuche auf jeden fall noch auf einzelne sachen einzugehen und vor allem auch natürlich so ein bisschen noch in die diskussion zu gehen bei denen die natürlich auch eine diskussion sage ich mal angeregt haben es gab natürlich sehr viel positiven zuspruch aber natürlich auch kritische stimmen und das sei ja auch erlaubt das ist ja auch völlig in ordnung und da bin ich ja auch immer sehr ja sage ich mal hinterher dass wir in die diskussion ja auch kommen denn das finde ich ist auch das schöne an so einer plattform und an so einer thematik die ich ja immer hier jede woche eigentlich an den tag lege denn am ende ist es immer schön halt in austausch zu kommen und nicht immer nur ja alleine herum zu labern ich meine ich habe ja alleine rum aber am ende ist es halt das feedback von euch was natürlich auch immer sehr interessant ist ja womit legen wir los ich habe mir hier so ein paar schöne notizen gemacht über die ich heute mit euch sprechen möchte die mir auch innerhalb der woche so aufgefallen sind jetzt nachdem heiko butscher ja unsere mannschaft übernommen hat und ob sich irgendwie so ein bisschen was verändert hat ich meine natürlich steigen wir direkt ein gibt es solche aussagen die so typisch halt sind simon zoller der gesagt hat auf einzelschicksale kommt es nicht an das kollektiv zählt und da muss auch jemand der vielleicht mal in der startelf stand oder zuletzt in der startelf stand muss da noch mal zurückweichen ist natürlich klar das ist so eine typische sache oder auch losilla der sagt wir werden in jedem fall nicht aufgeben wir haben sehr viel investiert das sind klar ich meine dass das muss ja auch sein alles andere wird ja für ein skandal schon sorgen wenn ein spieler vor die kamera treten würde und würde sagen jo ich gebe auf wir geben auf das ist natürlich ganz ganz klar aber es ist trotzdem natürlich wichtig die sinne zu schärfen und gerade mit solchen aussagen kann man natürlich dafür sorgen dass die sinne noch einmal geschärft werden bei allen und das natürlich auch noch mal deutlich wird okay den ist natürlich bewusst worum es geht hofft man natürlich zumindest wenn man nur immer sehen kann was natürlich gesprochen wird und nicht was hinter dem köppen sich versteckt das ist ja so eine typische floske beziehungsweise eine typische sache eigentlich auch mal ja das was ich in dem moment so ein bisschen in der presse gelesen habe dann was mich natürlich sehr freut dass unser ex bochumer bella kochab der arme dass er von hansi flick nominiert worden ist für den dfb kader herzlichen glückwunsch an dieser stelle das ist wirklich eine richtig richtig schöne geschichte und macht uns natürlich als bochumer sehr stolz du hast bei uns eine super zeit gespielt arme und ja das wird jetzt auch dementsprechend belohnt da du auf der insel nämlich auch ein super job machst das kommt natürlich auch dazu mazowitsch ebenfalls glückwunsch auch eine elf national elf nominierung der serbischen nationalmannschaft und ja das sind natürlich so ein paar rand themen die mir jetzt in der woche aufgefallen sind in den letzten tagen und kommen natürlich dann auch zu einem der interessantesten themen natürlich der trainer frage und sie wird natürlich noch etwas ungeklärt bleiben es gab natürlich ein paar gerüchte ja es gab ja selbst auf facebook wenn ich mich richtig erinnere gab es ja sogar das wein zieler dass der sogar tatsächlich schon wohl relativ weit im gespräch sein soll meiner meinung nach wäre es nicht der richtige ich meine das kann man immer so sagen kann man meinen die großen erfolge seinerseits blieben aus und auch ehrlicherweise habe ich sein ja habe ich seinen spielstil nie so geschätzt um das so auszudrücken müsste man natürlich schauen ich meine am ende kommt immer darauf an wie der trainer das dann mit der mannschaft und mit den situationen mit den gegebenheiten und wieder sich das alles am ende dann natürlich umsetzen lässt aber ich weiß nicht ob das der richtige trainer für uns wäre ich weiß es nicht also thomas schöne grüße an thomas hatte in die sozialen medien dann auch noch die namen adi hütter und paul dadai nicht paul dadai oder paul dadai auf jeden fall dadai hat er auch noch ins gespräch gebracht der ehemalige hertha coach und paul dadai jetzt 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 ist der groschen gefallen und er ist in jedem fall ein kandidat den ich mir sehr gut vorstellen könnte das ist so ist so einer der könnte glaube ich diese diese ruhrpott mentalität könnte er glaube ich gut umsetzen kann mich auch täuschen aber das wäre so meine vermutung und auch mit den charakteren in der mannschaft könnte er glaube ich auch gut umgehen adi hütter von der spielphilosophie und vom stil her wäre eine gute sache aber ich glaube da würden wir gehalts technisch und auch da kommen wir glaube ich nicht zusammen der hat ist glaube ich durch frankfurt und glattbach ganz andere summen gewöhnt und da könnte ich mir jetzt nicht vorstellen dass das passen könnte in dem moment weiteren namen gab es natürlich auch am ende müssen uns überraschen lassen es zählt natürlich am ende einfach nur dass dieser trainer der denn dann kommen soll dass der auch ganz genau weiß um was es hier bei uns beim vfL bochum geht und das ist halt weitaus mehr als eine schöne spielerei oder sonstiges hier geht es um kampf hier geht es um leidenschaft hier geht es darum dass die fans sehen müssen dass die spieler das letzte hemd auf dem platz lassen und dass diese mentalität die dann halt von den ringen auch kommt vom trainer und der mannschaft dass das hat alles gelebt und vereint wird das ist das wichtigste bei uns beim vfL und wir brauchen keine schönen spieler wir brauchen einfach spieler die sich reinhängen und den die punkte am ende so dringend haben wollen dass auch der erfolg erzwungen wird egal ob wir qualitäts ja sage ich mal verluste auf der einen oder anderen position haben dadurch dass wir einfach nicht die spieler von der qualität her besitzen das auf jeden fall noch dazu heiko butscher auf jeden fall es ist sein drittes spiel auf der position des interimstrainers wenn ich das richtig im kopf habe dann war sein erster einsatz der wechsel raschniewski und dutt also vor dutt war dann ja butscher oder butscher kurz einmal in der interimfunktion das war glaube ich damals gegen damenstadt wenn mich nicht alles tollt haben wir da 2 zu 1 gewonnen glaube ich auf jeden fall und der zweite einsatz klar das war dann der wechsel dutt reis dazwischen auch ein spiel das hatten wir gegen stuttgart wenn ich mich richtig erinnere und das hatten wir verloren ja das auf jeden fall die bisherigen einsätze seinerseits als interims coach und somit jetzt der dritte einsatz gegen den ersten fc köln am anfang oder mitte der woche kam eine meldung so ein bisschen raus nach dem motto ja selbst riemann könnte jetzt seinen stammplatz verlieren aber dann kam ja auch schnell fast quasi das dementi wo es dann hieß seine leistungen sind natürlich herausragend wenn man das über die strecke sieht nicht jetzt einzeln betrachtet in manchen spiel sondern wirklich auf die auf die strecke auf die lange sicht und dann ist natürlich klar dass riemann eine bank sein kann und eine bank auch größtenteils ist und ich persönlich würde jetzt nicht an der torwart position etwas ändern natürlich gab es einige fehler die auch dazu natürlich geführt haben dass ein gegentor entstanden ist aber das beginnt ja schon weitaus davor also es ist ja nicht so dass einfach so ein spieler aufs tor zuläuft und dann ist es nur der torwart schuld sondern das beginnt natürlich schon viel früher und diese fehler müssten eher angegangen werden als die ansonsten eigentlich immer super paraden von riemann er hat uns auch schon so oft wenn ich allein an diese wasserschlacht in freiburg denke wie viele paraden er da hintereinander raus holt hat klar natürlich dann der eine fehler aber das passiert jedem das passiert jedem mal ein flecken wenn ich daran denke der gegen dortmund auch den ball durch die hände hart rutschen lassen und am ende des tages darf man aber einen torwart der ansonsten wirklich super super leistung bringt darf man nicht anzählen und das würde ich auch nicht wollen und ich denke auch nicht dass es passieren wird und somit wird riemann im tor stehen für mich eine klare sache bitter ist natürlich dass das nehme ich jetzt einmal schon mal vorweg dass asano auch länger ausfallen wird gute besserung natürlich an dieser stelle mit seinem innenbandriss im rechten knie sehr schmerzhafte angelegenheit mehrere wochen fällt er fällt er aus und natürlich nicht nur schmerzhaft für ihn sondern auch schmerzhaft für uns denn asano ja ist einfach einer der auf jeden fall noch die für mich einen der besten jobs in den letzten wochen halt gemacht hat der immer agil und schnell auf seiner seite war ja ist natürlich sehr schade und einfach gute besserung an dieser stelle und hoffentlich wirst du uns schnell wieder zur verfügung stehen kommen wir zum ersten fc köln der ganz ordentlich gestartet ist mit neun punkten aus sechs spielen einem ersten platz aktuell in der conference league mit vier punkten aus zwei spielen und ja gestern gerade erst haben sie mit einem 4 2 gegen slowakow oder slowakow slowakow so wird es denke ich richtig ausgesprochen hoffe ich auf jeden fall ist ein tschechischer klub haben sie mit 4 2 gewonnen und ja was auffällig ist ist dass sie nach dem abgang von modest gerade mit einer doppelspitze überzeugend sein können wenn man das mal so ein bisschen betrachtet gegen wolfsburg haben sie mit einer doppelspitze 4 zu 2 gewonnen gegen nizza gab es mit einem einzigen mittelstürmer nur 1 1 1 und gegen berlin haben sie verloren knapp mit 0 1 und mit den jeweiligen doppelspitzen haben sie es eigentlich immer geschafft viele tore auch zu schießen also nicht nur irgendwie einen 1 0 sieg oder 2 0 sieg oder 2 1 sieg sondern dann halt erst recht die offensive qualität auch ausgenutzt deshalb gehe ich stark davon aus dass ich da jetzt einen trend aus entwickeln könnte und dass sie auch gegen bochum wieder mit einer doppelspitze auch spielen werden natürlich macht es der trainer immer davon abhängig welcher gegner auf dem platz ist das natürlich klar aber ich denke mal dass der gute steffen mit einem mit einem zweiersturm hier auftreten wird in bochum und somit kann man natürlich noch darüber streiten ob es halt dann ein doppelsturm ist der aus tiges und die bestehen würde oder halt aus adamian und die ich gehe davon aus weil sie halt jetzt gegen gegen slovako die praxis die spielpraxis auch bekommen haben und die zeit dementsprechend auch genügend genügend ausreicht um sich zu regenerieren dass sie auch mit der gleichen doppelspitzen hier in bochum auflaufen werden formation gehe ich also von mit einem gehe ich von einem 4 1 3 2 aus und das muss natürlich unsere elf erstmal kompensieren das müssen wir natürlich mit unseren männer es erst mal richtig so hinbekommen dass wir dem auch entgegen stehen können und ich habe mich lange ich habe mich wirklich lange schwer getan welche spieler ich für uns ins rennen schicken würde wenn ich jetzt aufstellen wollte und ich habe extra die pressekonferenz abgewartet weil ich einfach sicher gehen wollte welche spieler oder mit welchen spielern kann ich nicht rechnen weil es gab natürlich kombination wo ich mir gesagt habe okay das kommt darauf an ob die person wieder fit sein sollte gehen wir jetzt davon aus wie es gestern wie es heute in der pressekonferenz gesagt wurde dann ganz klar riemann im tor das wird bleiben das hatte ich vorhin schon erklärt warum ich riemann dort sehe soares möchte ich auf der linken seite in jedem fall behalten mir hat es gefallen gegen schalke dass auf der seite einfach viel mehr alarm wieder war auf der linken seite und das holtmann und soares dass das eine gute sache sein kann die sich wieder entwickeln muss natürlich soares war lange nicht da dafür hat er aber gegen schalke schon ordentlich wieder gespielt und das muss einfach wieder ausgebaut werden weil er ist für mich einfach der beste linksverteidiger den wir haben janko hat es zwar auch gut gemacht aber für mich geht kein weg an soares vorbei in der innenverteidigung würde ich in jedem fall deutlich routieren masovic und lambropoulos haben haben ein super job gemacht aber das können sie aktuell einfach nicht mehr auf dem platz bringen und deshalb möchte ich halt dort veränderungen sehen damit man einfach mal ein gefühl dafür bekommen kann wie sieht es denn mit anderen aus wie sieht es denn aus wenn andere in verteidiger kombination spielt und deswegen auch wenn er nicht gelernter in verteidiger ist in köln aber bewiesen hat dass er in verteidiger spielen kann würde ich das experiment wagen und würde horn auf diese position setzen und würde ihm den erfahrenen ordens an die seite setzen und das wäre meine wunschkombination für die in verteidigung auf der rechten seite würde ich gambor einfach setzen weil die erfahrung und ja die die position einfach von ihm gut besetzt wird staflidis klar würde ich da auch sehen aber der ist halt noch verletzt ich hätte wenn staflidis fit gewesen wäre oder wenn er fit sein würde für sonntag dann würde ich ihn darauf setzen aber gambor ist in jedem fall auch ein guter rechtsverteidiger dann kommen wir zu den beiden sechstern losilla unser capitano der ist gesetzt da brauchen wir glaube ich nicht diskutieren und an die seite würde ich ihm weiterhin herrn osterhage stellen auch wenn einer ich glaube in meinem letzten video kommentiert hatte das reicht nicht für liege 1 ich würde ihm jetzt auch die chance geben ich meine ein firster hat mich nicht wirklich überzeugt ein goralski ist leider noch verletzt und weil ich einfach glaube oder der meinung bin dass wir diese sicherung im mittelfeld brauchen durch die beiden sechster würde ich halt auf osterhagen und losilla gehen weil osterhagen ist halt tempomäßig ein bisschen bisschen besser drauf was losilla mit erfahrung wett macht aber diese kombination könnte für mich könnte die auf jeden fall ein impuls sein um vielleicht neue akzente ins spiel zu bringen auf der linken offensiv seite sehe ich holtmann ich hatte gerade schon erwähnt dass mir das gut gefallen hat mit soares und holtmann und dass das ausgebaut werden muss wieder stöger der einzige der mich eigentlich in jedem spiel immer überzeugt und der auch für mich gesetzt ist ein zoller würde ich auf jeden fall auf die rechte seite bringen und ein hofmann in den sturm setzen denn der knoten bei ihm ist hoffentlich jetzt geplatzt jetzt hat er gegen schalke ein treffer gemacht dann kann er jetzt auch mal gegen andere klubs zeigen dass er treffen kann und das wünsche ich mir einfach und jetzt seht ihr noch mal kompakt eingeblendet das was ich gerade gesagt habe wie man soares horn ordez gamboa losilla osterhage holtmann stöger zoller und hofmann das ist meine elf für sonntag und ich hoffe die jungs werden alles reinhauen und werden uns die ersten drei punkte holen das ist so was von überlebenswichtig dass wir jetzt punkten das ist alternativlos es ist wirklich alternativlos und deswegen würde ich diese elf in den ring werfen so mir bleibt nur noch zu sagen 25.300 karten sind bisher abgesetzt beziehungsweise natürlich dauerkarten inklusive ich hoffe einfach nur dass wir trotzdem das stadion noch ausverkauft bekommen und dass wir einfach eine verdammt geile stimmung auf den platz bringen uns nicht von den ganzen querelen auseinanderreißen lassen als fans und der mannschaft das liefern was sie in dem spiel gegen köln brauchen wird nämlich den geilen vfl support den wir immer wieder liefern und der auch bisher immer geliefert wurde und gerade jetzt dürfen wir den nicht abbrechen lassen solange natürlich die mannschaft auch alles an den tag legt alles ins spiel reinwirft was wir sehen wollen als fans wenn wir ins stadion gehen und natürlich wollen wir jetzt auch so langsam mal die ersten punkte sehen lasst einen daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat drückt auf den abo button lasst die glocke bimmeln damit ihr auch kein video mehr verpassen könnt ich habe alles gesagt was ich sagen wollte ich hoffe einfach nur dass am sonntag alles gut gehen wird und ich tue alles aber ich werde jetzt kein unentschieden hier tippen oder sonstiges wir werden eine mannschaft sehen die endlich sich den ganzen frust von der seele schießen möchte und es wird ein 3 zu 1 gegen den ersten fc köln geben und die tor konstellation wer die tore schießt ist mir egal und wenn es der torwart ist wenn es riemann ist der eine lange flanke schlägt und plötzlich ist der ball drin ist mir alles schitten egal hauptsache wir gewinnen das ding und wir werden die ersten drei punkte auf unser konto bekommen natürlich könnt ihr jetzt wieder schreiben ich glaube das nicht ich denke wir werden wieder verlieren das funktioniert alles nicht aber ich will daran glauben dass so langsam die ganzen monate der des hin und hers die monate der schlechten nachrichten der schlechten presse der schlechten kommunikation sich langsam dem ende neigen und dass wir nun ins ruhige fahrwasser langsam eintreten irgendwann dann auch mit einem neuen trainer wer auch immer das sein mag ich auf jeden fall freue mich auf sonntag wir sehen uns liebe grüße und glück auf nä space die nie Vielen Dank.